Musik Hey Leute, im Hintergrund seht ihr mal wieder ein kleines StatTrigger 2 Gameplay Ihr habt bestimmt gemerkt, dass ich schon lange keine Battlefield Videos mehr gemacht habe Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield Hardline Und das liegt eigentlich daran, dass ich zur Zeit nicht so viel Lust auf Battlefield habe Es werden natürlich andere Videos kommen, vielleicht nicht mehr so häufiger Die Schule hat ja angefangen Aber es werden noch Videos kommen und ja Battlefield Videos werden bestimmt auch wieder kommen, aber halt nicht mehr so häufig wie früher Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit diesem Video hier Und ja, ciao, bis zum nächsten Mal What do we have here? Might come in handy All done Ah, that was close Ah 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 Die! 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 Oh, that was close. Die! 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 I'll take that. Die! 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 Lock and load! Schau! Call me death! Did you like it? Feel the pain. Wie kann man Andy? What do we have here? Turn, baby! Was haben wir hier? Ich nehme das. 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 Ich nehme das.